Ja, ich dachte auch, wenn wir denken, Jesus Christus ist abgestoßen und er ist im Himmel gefahren und die Bibel sagt uns dort, dort heu was trägt kommen. So, und dort ist ein von uns die Graz der Bedürfnisse von der und da, dort wie man das kriegt, reutstun, und dort wie reut sein Innern's Wort, wann heu was trägt kommen. Und wie sollen dort was passieren, und dort die Tiden nur da kommen. Und ich dachte auch, und eigentlich geht uns ein paar Minuten, wenn wir denken, was passiert ist, was die Welt abgeregt ist, verschiedenste Dinge, was wir sehen, wen Sonnfenstern ist, was in Kuhm ist, der 8. April. So, ja, und dann doch ein paar Farsch, was wir uns lesen wollen, in Lukas Kapitel 21, durch Farsch 25. Dort sagt er einmal, so steht, Lukas Kapitel 21, Verschriven 20, dort sagt er, So, hier seien wir, was Gott sagt, was wir tun. Wir haben jetzt sein, und wir wollten, dass die Sonnfenstern ist, sein oder Dorn immer gewasst, und vielleicht auch noch von immer her, wo es gewasst ist. Und da kommen verschieden, und waren verschieden. Aber Jesus sagt uns, dass wir sie alle kicken, wenn wir durchkicken, und verschneiden, finde ich, und an uns steht, und du sagtest, dass wir sie alle nicht sein können, dass wenn es die Tide ist, wo dort was kommen, und die, wenn es was bliehen, wenn es das Farrer wird sein, dass du, wie wir dort sein, dort so eine Tide ist, dort was kommen. So, meinst du nicht, dass das Sonnfenstern ist, was du nicht kommen hast, oder nichts zu sein hast, das bist du, was du normalen denkst? Ich denke nicht. Ich denke, wenn wir die Krecke wegkicken, und wo die Bibel sein wird, von wo wir sein, die Dinge, wo du angehen. Was mir abfolgt, wie du sagst, in den Antiken, die Weltmenschen, wo du nicht an die Bibel glauben. Seitdem, die sich dieser Bühne, wo du nicht auf die Irrfahrt sein, dort waren nicht gerade die Irrbeben, wo du kommen, da wurde erhüßt, wo du bliehen. Seitdem, die sich irren anmerken, in den Harnol gerühlig sei, sei er vielleicht eingemerkt, wenn sie glauben, dort mit der Sonnfenstern ist, nur dort in der Tide, da waren die Brehen, oder zwei Brechen, in der East and the West Coast, wenn die Irrbeben, wo du kommen. So, dann sage ich, wenn die Klinbäste hier wohl sein Denkenden, wo sie studieren, und es sind Wissenschaftler, ich sei kein Wissenschaftler, ich kann ein Klinbäste reingekicken, er war, wo du hast, und wir sind viele Frauen neu gekommen, glaubst du, dass das, wo es weltweit sein wird, glaubst du, dass nächstes Monat, wo Jesus Christus zurückkommt. Ich glaube, vielleicht wird die Fahrt dort zurückkommen, aber ich weiß auch nicht. So, denn dort sage ich uns der Bibel auch, das sage ich, wie die Stöhnen in den Dach, das weiß ich nicht. Aber wie sie an den Räumen sind, wann hier etwas zurückkommen. Sie sahen, dort, wie das sein kann, dort das Jahr erst der El Niño in La Niña, wo ihr vielleicht nicht bekannt seid, wo da beim Meer, der drehen eine Weich, in der andere Weich taub, und nur dort, dann, sie kriegt die Hurricanes vor mir. Und sie sahen, von was sie gesehen haben, an der 2.3., vor diesem Feuer, wo man die letzte Hurricanes hieß, und wir, wo wir jemals gesehen haben, hier, was sie sehen, und über die letzten Jahre. So, aus der Bär, das muss schon von da unten, El Niño in La Niña, sie sahen, dort die Menschen, man verbereiten, sie man nicht siedeln, wenn das, was die ganze Welt, was stehen geblieben, was das, was die Hurricanes hieß, und was sie sehen, Juli, August, und du wieder, das sagt, da wird es ganz schlimm, das sind, was wir jemals vorhin gesagt haben, die Menschen wollen nicht überleben. So, das sahen, die Wissenschaftler, was nicht von der Bibel getan haben. Und die Bibel sagt uns dort hier, das sagt uns hier, die Menschen, die Angst werden, wenn diese Dinge passieren. Sie haben fürchterlich Angst, was das alles passieren wird. Sie sahen, wir sollen uns verbreiten, wir haben, wir sollen Eten versorgen, und wir sollen uns Eten versorgen, wenn dort ein paar Minuten wo das Eten alle sein wird. Wenn die alle tot vorhin und holen dort, dann sahen wir aus. Und die Bibel sagt uns, wo wir auch noch, sie war dort, wo wir hier sein, und hier sahen es dort im Verschlein, die Menschen mit Angst, verraten riesen in dem Meer und die toben in der Waun. Das wird mir abfohlen. Da ist ein, das Ohren kommt, was da wird kommen, der große Waun, was da wird kommen, der Wohren, die Störer, die nicht bestohlen bleiben, wo das wird sein. Weil das Stammt mit der Bibel wird da sein, was die Bibel nicht kann. So ein Wort, kann wir lernen, das aus der Sonne oder der Mondfenster, mit dem, was wir da haben, du warst, das ist beyond me. Und wo einig weit, wie Gott sagt, an der Mond, in der Stirn, in der Sonne, wo wir tätig sein. Wir sind noch zwischen 2017, und zwischen nie, das ist ein krach, sieben Jahre, von dem, was die Fenster, nicht passieren, aber das, was nicht passiert. Die hoffen Nummer, wenn wir sagen, in der Bibel, alle sieben, so dass Gott sie eine perfekte Nummer. So einig weit, wie something, weil Gott ans Wiesen durchsteht, dort hat die Fenster, und ein ganz düsterer Streck über die United States gekämpft, und dort hat das mal wahr. Wo dann über das steht, wegen der erst das Mittagland über die ganze Welt, über das Fährste. Wo die Wiesen durchsteht, da weit wie nicht über die Tegens, dort hat das sehr dicht bei seinen Tegang. noch ein Denkwerk und denken, wenn wir das Klima bekämpft, und dort muss eine ex bad-mull krank über die United States. Und das sagt uns zur letzten Zeit, wo es in anderen Ländern immer hat, nehmen. Mocht das sein sein von dort, und los das üt. Weil wir aufmerksam sind, wird Gott zu uns reden, weil durch diese Dinge, was passieren, was wir sagen, was passieren. Wenn wir in Israel tun, wo kämmerlich verjährt, und dort die Länder immer wieder und wieder aufbauen, in Jerusalem sind, als ich habe eins vorhin verspielen. Wenn die den Muslimen sich immer mehr in mehr taubst und mit Ägypten in Ägypten sind, so ist es gerade das lohnt. So du selber war da wird, erst nicht die Welt kommt, das wird nicht, das wird nicht. Jesus Christus sagt, nicht nur die Engel im Himmel wollen, nicht die Menschen sehen. Aber eigentlich weit wie, dort sei Dich Bias. Und er sagt dann, so tun versäben finde ich, sagt er, dann wollen sei den Menschen sehen, ob eine Welt kommen sein, in Grote Kroof, in Heilichet kommen sein. Er sagt er, wenn das anfängt zu passieren, dann hilft ihn ab und checkt, wie es wird die generierung nur hat. So das ist, was mein Punkt ist, wo ich war rütt , was das. Diese Dinge passieren, Gott lade diese Dinge du verkommst, dort wieso abgehen, dort wieso abmerksam sein, in den Dingen in der Welt passieren, da ist dort wie sein, dort nur er kommt. Er sagt das wie das sein, was wir denken, was Israel ist, wenn die Feuer er kam, dass die bliehen, und wie sein, was du angeht, wird schauf. Und er sagt er an, er sagt die Hälfte ab, und kippt, und er meint wie abmerksam sein, und er sagt, die erste Feuer sagt, die Menschen wollen nicht Angst, von das Rieschen mehr, und was immer du möcht sein, die gute Feuer ist, und das sagt, aus dem Christ, Philipp Feuer sagt, Fred geht immer im Hörn, und ich sage noch einmal Fred geht, wo meint das? Wenn freien uns, dass wir weiden dass Jesus trägt kommen, wo wir von hier rät genommen wurden. Da sagt er in Versch 5, Lut alle mon sein, wo leift du lich sind, der Herr es dich bi. So der Herr ist ein kum, der Herr es dich bi, wie sind abnehmt, wie wollen die Menschen die hand wiesen, wie geben uns die Tid einfach haben, dass die Tegens wird in die Welt kum, dort es gönnt, was passiert. Du in Versch 1, 3, du sagst, Gott ist dich bi, es sagst, gönnt, dich bi, es nie, dort der Herr Jesus wird reich kum, mit Tegens, wo dich bi, du dich üt. Und dann sagst, du in Versch 3, 3, du sagst, der Himmel wird vergungen, aber mine wird nicht vergungen. Da wird die Schwester, was der Bibel sagt, dort wird passieren, wo Neue wird Gott. Einig weit die Sache wird an Seins geben, die Dinge kommen, wie sein, verschiedenste Dinge, in der Welt angehen, und die Wissenschaftler, die nicht an Bibel glauben, vertellen, gerade was der Bibel sagt. Gott red, dass so die Menschen sind. Und da ist dort wieder sein, dort die Tid, wo es ist. Na ja, wenn ich nach dem Vorfall war, wieder auf, war ich verantwortlich. Du sagst, Jesus ist das. Du sagst, die können dich gut, wenn die Christen sind, sagst, nicht, nicht. Fehler sein, du hast Jesus Christus, gut in Leben ist divers. Du hast einmal gekriegt, du hast geraten, die koste in Leben ist divers, Jesus Worte hier sein, heute wird das sagt, sieht versächtig, sieht versächtig, dort die jüngt nicht durch Frieden Süden in Sari in Ewa das Leben. Das wurde das ich. Wir sollen uns nicht so froh merken, Ewa Eten und trinken, in Ewa wort wir in Leben haben, wort wir schaufen, wort immer das sein, wort uns nach Jankert, wort wie nach wellen, wir sollen uns nicht so vor merken dort, und dann sagt er, dort die Hort belud, und das soll nicht belud sein, mit diese Dinge. Und das erste Punkt soll sein, Jesus Christus, er sagt, sieht versächtig, dann sagt er, der sagt er, dort das Hort beluden, das Leben mit den Dingen, die haben, soll uns hat beluden , dann sagt er, in woran dort der Dach dann Aferhafs über ihn kommen wird. Was meint, dass was an Aferhafs passiert? Das meint, wir verfehlen uns, wir verfahren uns, wir verstorben uns, wir verkehlen haben, aber wir haben was erreicht getan, durch diese Dinge, und das wird Jesus hier sagt, zweimal in versächtig, sieht, versächtig, nicht in daunt dich sein über diese Dinge, nicht oder ein haben gott, das soll ein Ziel sein, oder was immer es muss sein, dort soll ein Ziel sein, Jesus sagt, das untersteht, er sagt, Familie, die Schwester, verluten von ihm, meint er bloß so, heute soll das erste sein in uns leben, wenn das Dach nicht was Aferhafs über uns kommt. Er sagt, das sieht, versächtig, und wenn Dach nicht was Aferhafs über eine Schlein über ihn kommen, der ab ihr wohnen. Eine Schlein. Wenn wir drüber denken dann, in Beuys, wenn dort die schlagen waren, und die jahre hingen an, dort Beuys, dort steht du arscherlich, und bedenkt dich nicht, und kam sich nicht an, was die schlagen er kam, da sagt er, wo weißt du was, dort ist 99, ich Punkt 99, ich Jesus hat uns gesagt, du hast einen verstanden, zum Denken, Gott hat uns die Weisheit gegeben, Gott hat uns die Bibel gegeben, dass wir lesen können, und das wird heute sein. Wenn wir sind, wo wir sind, hier in der Welt, um leben, um unser Leben, und das Girlfriend, oder Boyfriend, oder uns, unser Habengut, unser Frühjahr, das Frühjahr, wenn dort wird ans Ding sein, was über uns kommt. Jesus Christus, dort soll es ganz erst sein in unserem Leben, er sagt, sieht versächtig, und er saßt, und versäßen dadurch, sagt er, ober, sieht wager, zweimal, er sagt er, sieht versächtig, ober, sieht wager, und bete, das wird berührt, dort wir ehrlich in Gebet sein, dort wir mit Gott in Gemeinschaft sein, dort wir kennen, sagt er, die Bibel über Dinge, kommen möchten, so, wenn wir im Gebet sein, wir wollen wager sein, wenn wir versächtig sein, dann kommen wir zu dem Weich, wir wollen nicht entgegen, und er sagt, hier, nicht im Stich, und aus der Welt wird vergehen, nächster Monat, da weiß wenig, nämlich erst, mir und erst, von der nicht versprechen, was ein Tag, so wir sollen, von der Welt erst, uns nicht sagen, mehr über Eten und Trinken und über diese Sagen, das sagen, da haben sie versprochen, da sollen nicht an sie sagen, sondern wir haben sie nicht verbringen, die Israeliten werden 40 Jahre in der Wildnis, und sie dürfen versorgen, dann sagen sie , was wird mehr aus, was empfehlen, und sie rufen sich tot, wenn Fleisch wird nächsten Tag nicht sein, Gott segne doch nicht, Gott sagt, er kann ihr sagen, die sollen mich vertrauen, in der Bibel sage, besorgt nicht am Eten im Trinken, Jesus Christus dort ist da wo ihr alles kriegt, was fehlt der Toe. So noch einmal versorgen dadurch das Ober sieht Waka in Beth, dort die in Old dort weich kommen möchten, was passieren soll, in fahr den Menschen sehen stunden tern. So das wo das braucht, dass du ein reich vor Jesus Christus stunden. Aus der Welt nicht verjährt, aus der lang städt, aus meinen dien dort von der oder morgen. Hier ist ein Unterschied. Der ist was mit Israel passiert in König immer dort da sei wie dort so ein Fensternis können für uns entdecken sein zum einmal nur den in den kicken dort wir versächtig sind und waker sind dort wie wir werden tun. Ich fernah noch ein Gebet. Leiter himmlischer Führer, wir danken dir für diesen Tag, wir danken die für die Gnodine Leib, wir danken dir dass du uns gelang gebt hast wo wir können bestellen wo wir beständig sein was immer in dieser Welt passieren du sagst du wach uns behalten du wach uns behalten du wach uns stark leiden wir freuen an din kauf an din nähe wach immer du passiert wir machen die mit Frieden entgegen und wir können abnehmen sein wie leid bewiesen so als du sagen dass du nicht abreden in unser Wort was immer passiert denn du sagst du wach in der entdeckung wach die uns hier treten du wach uns beschätzen und beworben her ob du wieder mag mit und sehnen uns öbne harten schenken und gelogen hat David in die nächste Botschaft Amen